SQ Der erste Elektro-Freestyle-Scooter, den die Welt je gesehen hat. Er ist der weltweit leichteste E-Scooter und überzeugt vor allem durch sein einfaches Händeln. Das Resultat langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von High-End-Stand-Scootern, gepaart mit einem innovativen Elektroantrieb. Das geniale Konzept des SQs verzichtet bewusst auf einen Gashebel, stattdessen unterstützt der Motor intelligent die Geschwindigkeit, die der Fahrer durch den eigenen Anschub vorgibt. Ein Grund, weshalb sich der SQ intuitiv und vor allem extrem lässig fahren lässt. Mit seinen gerade mal 6,4 Kilogramm ist er das Fliegengewicht unter den E-Scootern. Dank seiner kompakten und besonders stabilen Bauweise, eignet er sich auch hervorragend für den Scale-Part. Einzelne Parts lassen sich im Handumdrehen tauschen und ermöglichen es, den E-Scooter auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Chili-Pro-Scooter bietet hierfür eine große Auswahl an Parts. Der 100 Watt Elektromotor unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 18 kmh und der Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 9 km. Egal ob einfach nur zum Cruisen in der Freizeit oder zur Fortbewegung im Alltag, SQ ist die Spaßmaschine, mit der man maximal entspannt unterwegs ist. SQ, Intelligent Electric Hybrid Scooter, powered by Chili-Pro-Scooter. SQ, Intelligent Electric Hybrid Scooter, powered by Chili-Pro-Scooter. Vielen Dank.